Im Hinblick auf die heutige Botschaft von Bobby Schuller hören Sie diese Worte Jesu aus der Bergpredigt aus dem Matthäusevangelium Kapitel 7. Bittet Gott, und er wird euch geben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Würde jemand von euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es um ein Stück Brot bittet? Oder eine giftige Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Wenn schon ihr hartherzigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten. So wie er von den Menschen behandelt werden möchtet, so behandelt sie auch. Denn das ist die Botschaft des Gesetzes und der Propheten. Möge Gott seinen Segen zum Lesen seines Wortes geben. Möge Gott, in den Gulfen verbunden. Gotzen zum Lesen.